willkommen an der black pearl ich sollte ein kleines bild machen der video machen vom innenraum das mache ich jetzt mal 15 uhr 16 uhr wir gehen jetzt hier mal runter können natürlich überall licht an machen rot oder weiß auch hier ein bisschen mehr licht haben der salon mit navi tisch und dem kartentisch das tablet ist noch nicht drin das ist die heckekammer einen relativ großen stauraum da oben drauf gut ausgucken hier gibt's pantry mit herd und vielen boxen viel platz im gegensatz zu kleinen schränkchen hier gibt es jetzt kühlbox und stauraum selbiges gibt es dann hier auch noch mal da polster ist hier rum wenn man möchte dann kann man diesen tisch auch noch hochklappen dann hat man wirklich menge platz und hier sind wir in einem vorschiff mit luke und so sehr groß die säge müssen hier nicht liegen dafür gibt es hinten genügend platz ja dann gehen wir mal kurz hier rein badezimmer wc also toilette waschbecken stauraum und so weiter und dort hinten gibt es jetzt segelast beziehungsweise die koche für den skipper wenn er möchte tank ballast bedienung und so weiter motor stunden ist vielleicht auch noch ganz interessant dann mache ich das mal kurz an ja raus motorbedienung ist dann da unten sollte man es eigentlich sehen das sind die motor stunden